Au Pizza Wölfe greifen an, my lord! Ich? Ja Bin aufgefangen Ja Ich kam gerade die Treppe hoch, die ich runterfiel Achso Ja Kennt man nicht Die Sterben-Normen ist es Explosion Ich würde das sinnlose Töten ohne Taktik beginnen Es gibt Taktik Hier liegt ne Leiche So benutzen wir keine Wir liegen auch so manchmal Leichen auf der Ich hab Schüsse gehört Nee Wo? Ja, wie soll ich das beschreiben? Also nicht in dem Hauptraum Das war irgendwie Wenn man im Hauptraum steht Und auf das Exit Schild guckt Rechts Da, also jetzt hier auf meiner Seite Jetzt bin ich draußen irgendwo Ja, der Klink hat gesehen, wo ich rumlaufe Ganz oben Die ist was größer Ach Leitern Immer diese Leitern Da Der alte Herzfeind Nicht wahr? Wer lebt noch alles? Also, der Sepp lebt noch Ich lebe ebenfalls Ich lebe ebenfalls Klink? Ich hab dich gerade noch gesehen, wie du da lang gelaufen bist Okay, also entweder war er's oder aber er ist auch tot Das ist nicht so cool Ja Ja, denk dran, wir haben zwei Traitors Könnte jeder sein Haben wir? Wenn das Roller nicht da ist, dann haben wir doch nur einen Oh ja, guter Punkt Ich sehe Sepp Ja, ich sehe den Baron Wer liebt jetzt? Guck Der Mann ist gerade gestorben Mhm Ich weiß aber nicht wer Es war der Baron Ja, nicht schlecht Oh ja Oh man Gute erste Runde Ist mir voll in den Rücken Ja In den Kopf Nicht Rücken Ja, aber er hat mir den Rücken zugedreht Das hat sich sehr gut angefühlt So richtig Traitor-haft, nicht wahr? Ja Oh ja Der Baron lag ein bisschen zusammengekrümmt da Echt? Hm Ja Du hast ein paar Kugeln abgekriegt So, eins, zwei Ja, halt die Klappe, Zolli Ganz ehrlich, ganz ehrlich Voll unbeeindruckt Ja, wer hat halt die Klappe, Zolli Ja, stimmt, das ist wirklich Ich Kommt auf die Behandlungssion an Ja, so viele Leute Ja, so viele Leute Wie nicht die Zombie-Apokaloxie wünschen Oh, hier sind so viele Leute Ich bin mit Normal und Freitag unterwegs Ja, ganz allein Ja, aber gar nicht Freitag Ich bin überall tot und tot Die tot sind Und, 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 tote, tote Link ist bei mir Was, was, was Was kaufe ich denn? Ich habe einen Deal hier geholt Ich bin schon weg Ja, jetzt geht mal auf Die Leute sind mir aber auch zu viel Geht mal weg Okay, Sepp, folge nicht mir Normal folgt mir Oh je Und das Fräulein auch Viele Leute Normal 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 Oh, was, das Fräulein, das Fräulein Okay Dann das Fräulein wohl auch Okay Äh, das Fräulein, ja Äh, das Fräulein Äh, das Fräulein, ja Mit ner Pistole, man Ich hat nix Äh, ich find keine Waffen auf der MF Und das hat auch echt nicht mehr zu viel Ah Genau, die ganzen Waffen, die hatten wir schon Muss ich halt mit dem Rest zufrieden gehen Ist noch ne Diegel Ah, ne Munizierung Ich hab ne M16 und ne fucking Pistole, was soll ich da mit anstreben Oh ne G8 So Na, hab, ich hab wieder ne Diegel Na, ich halt auch gerne, Alter Ja So, hm, ich bin leider in den falschen Raum gerannt Ich bin bei Normal Ich bin dann bei Normal Weiß, sobald das Spiel anfängt und ich, äh, nichts mehr sage Hat er mich direkt umgenietet Richtig Wobei, er ist wieder weg Diesen Zusammenhang sollen wir ja machen Ich bin bei Sepp Ich bin bei Sepp Ich bin schon wieder innocent Ich auch Das hat mich jetzt komplett überzeugt So, das hier ist jetzt mein Büro, meine Wasserflasche Wer hier reinkommt, wird gefeuert Ja, ist klar, ad ist es confirmed Wett, warum? Seid ihr da zu zweit oder zu zweit? Ach ja, stimmt, da haben wir drüber geredet, ne? Ach so, ja, zu zweit Ups Ok, wenn der Freitag nicht geschossen wurde, ist die ist er auch Genau Waronsche Logik Waronsche Logik Mach sie fertig Ups 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 Ach so, das ist auch nichts Okay, ich bin beim Baron Ich bin bei Normal Ups 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 Sorry, halb tot Ups 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 Klick, klick, klick klick kick Kaptik, klick, klick klick klick. Ich habe was für dich, komm hier zur Valustrade, ich werf es dir runter. Vertrauen, nein, 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 nein. stayed Okay, die anderen kaufen mir zuicket Da kann ich dich doch nicht immer so etwas sagen Warte mal, ich muss ich kurz kill setzen Ups Da ist er Also mir ist der Ort hier ein bisschen zu offen Da hättest du das schon irgendwie Was weiß ich, in so einem kleinen Gästeraum Der andere ist höchstwahrscheinlich der Baron Ich guck nicht böse Ich rechne mir böse nach Ich bin absolut innocent Au, ich habe Schmerzen Du bist ja auch echt doof Der Baron, der Baron, der Baron ist es vielleicht Ich kenne dich irgendwelche Privatgemächer Ich möchte mit ihr alleine sein Das ist ein Polizeipräsidium Ja, das heißt ja Ich meine, er hat ja so in Evil 2 gespielt Das Polizeipräsidium da Das ist nicht normal Ja, aber hier ist normal Ach nee, gar nicht, das ist so barum Schade Ich bin im Heizungskeller Achso, ist da unten Alles normal da unten Alles normal Ich bin bei dem Fräulein Und dem Baron Und dem Baron Hier ist ein bisschen voll Wer geht's? Auf Kling aufpassen Und auf dem Baron Oh, oh, hier ist ganz viel Was? Was ist das zu Mich irgendwie als Dingens? Als Traitor zu machen? Ja, weil du dich gerade Verdächtig verhalten hast Ich bin durch ne Tür gegangen Alter Geh weg von mir Da ist er wieder Der Baron Er hat grad jemand Ja, okay Untersuch die Leichen sofort Untersuch die Leichen sofort Sonst erschieße ich dich Ja, er hat rumgeschossen Ja, er hat rumgeschossen Untersuch die Leichen sofort Drei Zwei Zwei Kannst du das Mikro Ein bisschen weiter Von deinem Mund Weg holen Norman Ich konnte noch Nichts dafür Oh je Oh, ich dachte Da kommt der Sneaky Deagle Headshot Ja Sie alle alleine fertig Gemacht Props, Props Ich hab dich nicht gesehen Ich hätt mich besser umkommen müssen So, ja, gut Aber Klink war's 100%ig Ja, 80% hab ich ihm gegeben Das tut mir leid Nicht wundern Ich wollte einen von euch vergiften Hat aber irgendwie Nicht so ganz geklappt Weil ihr Allesamt sehr ungünstig Oder für euch günstig Positioniert wart Ich wollte nur ein Logo sprühen Und dann hat sich ein Schuss gelöst Aber so schnell konnte ich nicht schreien Ja Der Baron hat ja dafür gesorgt Dass ich schon fast tot war Ja Ja, nur fair Ja Total Ich bin durch die Tür gegangen Da hast du ja sowieso einen Fable für Also der Schuss war jetzt eigentlich nicht mit Absicht Ja, das glaub ich dir auch Sonst hättest du weiter geschossen Ich bin bei AD Noch keine Waffen Ich bin bei AD Und normal Ich bin bei Freude einfach weitermachen wollen Ja, ich hab auch meine Pistole Ah Irgendwie vermisse ich die Handgranaten Die soll auf dieser Map Ja, ich hab auch nicht so viel im Fuß Oh ja Also ich finde hier sollte mal eine Reinigungskraft durchgehen So viel rum wie hier rumliegt Ich glaub die liegt auch hier im Büro Also die Reinigungskraft Oh, das könnte natürlich sein Nö Und die wurde wegsubventioniert Oder dehumanisiert Ich hab immer noch keine Waffe Wo sind denn alle? Ich hab nur die Baronin gerade gesehen Ja, normal und Freude waren unten gerade Ach, der Baron ist zu mir gekommen Ich hab nur sehen, was du da oben anstellst Ich weiß nicht, weil du so ein Bereich Weil du so ein Vorteil hast Ja, da brennt es Ja, da brennt es Kennst du nicht, weil sie sind evil? Weißt du, wie lange das heißt, dass ich dieses Spiel mal vor Augen hatte Nee AD hat eine Granate in der Hand AD wirft eine Granate Und die Granate explodiert Ja, das war eine böse Granate Was machen denn die Guten? Implodieren? Es gibt doch Heilgranaten Also nicht mit dem Spiel, aber bestimmt in irgendeinem Naja, das stimmt Aber so weit sind alle noch okay? Ja Also ich bin okay Normal? Hat auch irgendjemanden gesehen? Ich weiß aber nicht, wer es war Ich hab geschossen Hey, Freude, lebst du noch? Ja, ich suche immer noch Waffen Hier oben sind ganz viele Komm in den Hauptraum Hm, das stimmt sogar Okay, ich bin jetzt bei Sepp, wenn ich sterbe war er es Warum war ich denn? Ja, er ist tatsächlich hinter mir Und er hat mich nicht erschossen, obwohl ich ihn nicht wahrgenommen habe Ich glaube, Klink ist proven Okay, Sepp, ist es zu 70? Ah Okay Alle noch am Leben? Ja Mhm Aber die beiden, das sagt, Stimme ist noch lange nicht Normal Sepp lauert an der Tür auf mich Okay Ah, da ist der andere Ja Da ist der Link Ein Baron Knapp Aber noch gerettet Oh, da hab ich doch was gesehen Hm? Oh, oh, hier brennt's Hallo AD, der da in der Tür snipet Mit meiner Diegel Oh je Ich seh'n Ich seh'n Daumen genommen brezelt Hey! Erwin, das ist Normal Was war das? Ha? Hattet der Bärin denn gemacht? Normal hat da irgendwie angeschossen Ich glaub' der hat irgendwas an die Tür gelegt draußen Geh' mal ein bisschen auf Entfernung Ich sieh'n 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 bisschen auf Entfernung Na, wenn's der Slam ist Na, was hast du denn? Was gehabt vom Händler? Na, kann ich sie nicht zünden, wenn ich einen Shotgun in der Hand hab' Ich geh lieber. Also hier ist tatsächlich nichts. Okay, okay. Hab ja auch nicht getroffen. Also das Fräulein hat sich zu verdächtig verhalten. Was hab ich denn jetzt getan? Ja, falls der Baron stirbt, bin ich das wohl. Ja, ich lebe noch. Zip ist es. Zip ist es definitiv, der schießt hier gerade auf alle. Lügen, Lügen, alles Lügen. Oh, ich sehe nichts mehr. Oh, es waren die beiden, die nicht gereichthaftig sind. Hä, aber warum? Warum hab ich dich nicht mit der DG gekillt? Ich bin ausgewiesen und ich hatte eine Rüstung an. Ja, du warst auf der Leiter und ich hab dir genau in den Kopf geschossen. Komisch. Hm. Du bist ja irgendwie so hängen geblieben und hast dich nicht mehr bewegt. Dann kann es sein, dass ich schon weiter war. Eins dieser Probleme. Ja, auf der Leiter trifft man so. Ein bisschen weiter als das Spiel selbst. Warum ist mein Karma reduziert? Okay, von vorhin auch schon. Ja, von vorhin. Aber woher wusstest du, dass ich's bin? Ja, woher wusste ich, dass du und Sepp bist? Weil ihr euch verdächtig verhalten habt. Aber warum? Kann ich nicht sagen. Sepp habe ich auch irgendwie verdächtigt. Allein schon deshalb, weil er halt so, ähm... Ach, komm. Wir mussten mal nur angucken. Erster Satz. Confirmed. Ich bin total innocent, by the way. Okay. Ich hab' eine Zeit lang auch gedacht, dass der Baron der Komplize wär. Allein wegen der ganzen Sache mit der, ähm... Oh, wie heißt das Teil? Ich vergesse den Namen. Warte, die Slam? Ja, die Slam, wenn du siehst. Es wird gestorben, Fräulein war's nicht. Ich hab' auch Schüsse gehört. Irgendwer ist draufgegangen. Ja, irgendwie... Ist es im ersten Stock gewesen? Es könnte Klink sein gewesen. War's aber nicht. Ich hab' nur ne Knarre in der Normale. Ne, ne, nur die Knarre, schade. Sepp war's nicht, Sepp war aber... Aber hier ist... Du, warte. Okay, was? Ich bin bei Sepp. Ich bin beim Klink. Ich weiß nicht. Klink, du bist verdächtig, hab' ich gehört. Echt? Warum ich, warum ich? Ich bin für Widerschüsse. Sorry, 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 sorry. Ich wollt' nicht auf dich schießen, wirklich. Geh' raus. Ne, ich mach' nicht. Hier. Da lag'n doch ne Lösch. Ist ja ganz normal, das ist cool, oder? Ah, die Normale ist es. Äh, nein. Also, ich hab' nichts gefunden. Also, wer lebt denn jetzt alles noch? Ich. Ich. Okay. Normal ist es? Nein! Nein! Nein, ich glaub' nicht, dass es das war. Ich war die ganze Zeit rein. Die Schüsse waren nicht hier. Nein! Okay, vielleicht. Ey, das Ding hat ja an der Range. Ja, sag' ich doch. Warum ist das Ding voll OP? Ich dachte, wir benutzen das nicht mehr, sonst hätte ich das letzte Runde auch gekauft. Oh. Ja, hat man eigentlich gesagt. Ups, Entschuldigung. Da macht er nichts. Ja. Hat er mir direkt in den Rücken geschossen, ohne was vorher zu sagen, damit ich ihn nicht identifizieren kann. Okay, auf welche Map habt ihr gebraucht? Ja, nur diese... Ich hab' aus Versehen direkt gedrückt. Ich hab' direkt weggedrückt. Aber welche haben wir gebraucht? So, wer führt denn? Sepp führt mit 34 Punkten und ist damit wahrscheinlich uneinholbar. Ja, ich hab' 15. Ja, 15 Punkte in einer Runde zu holen ist schwierig. Beide Traitor und einer muss den einen wiederbelebt haben und den musst du auch noch töten. Aber weshalb hatte ich nur 15 Punkte? Ich hab' in einer Runde vier Leute geholt. Weil, wenn du als Traitor Innocence tötest, kriegst du, glaub' ich, zwei pro Innocence. Was? Und wenn du einen Traitor tötest, kriegst du mehr. So ist das. Okay, Sepp ist wieder bei mir. Und ich sag' dir eins. Eine falsche Bewegung und ich puste dir so den Kopf weg. Ich kann keine falsche Bewegung machen, ich bin innocent. Ja, das sagst du. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da hat er die Diegel. Immer eine Diegel. Oh, oh. Ich glaube, Kling ist jetzt mein persönlicher Kommentator und rennt mir die ganze Zeit nach. Ich würde es ja vernünftig spielen. Das können wir gerne so machen. Aber leider, kann ich mir vorstellen. Solange ich nicht irgendwas davon wiegen und da fällt er zu Bohnen und stirbt, dann hast du doch noch alles. Ja, aber was ist los? Kling hat meine Waffe geklaut. Irgendwer wohin. Ade ist hart. Im 16? Ade. Ich hab meine Tage. Jetzt bin ich dran. Okay. Hallo, darauf habe ich ein Patent. Das kannst du nicht haben. Sehr gut. Also Baron und Fräulein. Nein. Irgendwie hab ich dir gerade... Ach, da. Okay, normal. Wie schaffst du das, dass ich das nicht sehe? Was? Ich bin gut. Ich glaub normal, dass ich auch nicht weiß. Das ist definitiv das Fräulein. Definitiv das Fräulein. Hab ich doch gesagt. Der Baron war bei mir mit der Schrotflinte. Weißt du, wenn ich gleich irgendwie so einen Schrotflintenschuss hört. Wo bin ich jetzt? Dann besser nicht mit der Diege verwehr... Irgendjemand ist grad gestorben. Ja, der Baron hat der Kling getötet. Ich glaub eher, dass es der Normal war. Ja. Wir waren nämlich auf jeden Fall safe. Okay, die beiden schießen sich aufeinander. Ja, ich schieß grad den Baron ab. Hä? Der komplett nicht peilt, wo ich bin. Ich war hier hinterm Schreibtisch. Wie konntest du das nicht sehen? Gut, war ein bisschen kompliziert. Normal ist irgendwie unsichtbar. Siehst du, ihr habt euch schon wieder verraten. Davor stand ich da in der Ecke. Da hast du mich auch nicht gesehen. Alles klar. Sepp hat die Runde gewonnen. Mit 38 Punkten. Eindeutiger Vorsprung. Und das war's mit dieser Runde. TTT. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, auf Wiedersehen. Okay.